und jetzt gucken wir auch mal auf dieser mirage ich weiß nicht warum auch diese mirage so richtig tolles oder warum ich immer birage kriege in letzter zeit oder warum er jetzt hakt ist aber definitiv andere ist jetzt naja und das team die teamhombo ist gut haben wir reingefürzt naja er hat 5 oh hat da jemand oh wallhack ich calle wallhack der kommt den jagen den stil steps hast du close gehört da kannst du voll rumjagen will er dass er ist kriegt er dass er ist in zwei bots noch eine bitte nicht die aber alter er kann dich nicht sehen du kannst passen ganz easy genau die reaktion hat er nicht das ist ace für ihn sozusagen verdammte scheiße ich muss wach werden ich bin wach aber irgendwie kann ich mich trotzdem noch mal hin ist auch weiß doch nicht wenn du die abel schließt und sie auf dich also aufhäliger geht es ja wohl nicht ja ah entsparungsmodus das verschwinden das sieht man das Ja, ne? Ja, das ist Rocket Beans Alter, er ist kacke Er sieht doch, wo die Gegner kommen Alter, drei APPs Ja, du bist auch ein Held, Alter Bot mit Arve, Alter Ich bin ein Held Ich bin ein Held Was ist das? Oh, du musst durchschießen. Da ist ein Schlitz. Oh, das ist vielleicht noch reingeschminkert? Weiß ich nicht. Ja, du musst dir nur noch eine Waffe kaufen. Ne? Der rechte. Der Schwarzschweig. Ich merke. Oh, ich glaube, der triggert auf einer Reihe. Oh, ist dein AWP-Barrell zu lang? Oh, ich will noch ein paar Jahre lang. So, ey. Mann, das ist so lang, Alter. Das Burial. So. So lang ist das. Das guckt da vorne raus. Ich hab keine Ahnung wie der Sniper in deutschland ist. Ah, Trigger da auch einen. Sollte ich jetzt mal so spontan sagen. Oder Mad geworden ist. Der Klatsch, gleich kommt der Klatsch. Ja. Oh, jetzt kommen die Adjustments. Ah, mit AWP ist ein Arztag. Mit zwei AWP ist ne Scout und ne AK. Wow. Jetzt denke ich. Ich find das mal, das sieht mir so lustig aus. Ja, das ist ja... So, gleich zu Ende hier. Bestimmt noch, weil er verkackt reinzutriggern. Und Upside Down, ganz wichtig. Danke. Erfahrung. Es ist Kashi. Pullover rutscht immer so nach oben, wenn man sich bewegt. Ein bisschen unverteidhaft. Ein Pullover zu eng für Körper. Körper zu dick für Pullover. Äh, hell. So. Ich geh hier. 5,5. 60% Hedgefondrate. Das heißt, 3 kills. Ist aber auch 5 mal gestorben. Vielleicht geht er mad. Aber ich peak auch immer sofort A rein, ohne zu scopen. Ohne mich weiter zu legen. Genau. Guck nicht nach oben. Lauf hier mit dem Messer. Weil hier kann kein Gegner mehr stehen. Und mach ich auch immer. Und steppen ist immer ganz... Powerpeak. Alter. So. Nooo. Hat er direkt in die Fresse gekriegt. Aber das war... Wir haben die alle getroffen. Natürlich kennen wir. Mit der Kanne AWP spielen. Gut, der hat einen 7er Ping, ne. Aber... Guck mal, jetzt aapt er doch mal. Alter, aapt er... Was macht er denn? Ganz wichtig, ich sehe so oft... Pff, 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 pff. Also wenn man die professionellen Spieler... Ähm... Auf riesige Blutleichen an der Wand visiert. Deswegen habe ich mir das einfach eingefügt, dass... Dass es gekliert wird. Ja. Ah! Ah! Und das war jetzt ja auch ein bisschen schau. Ich hab noch einen Siff im Auge, ich hab geschlafen, ich hab mich gewaschen, ich hab alles gemacht, aber die Smoke war kacke. Eigentlich ist sie gut. Da liegt eine Smoke vor dir. Alter, was stimmt mit ihm nicht? Zweimal geschossen. Ja, mach ich auch immer durch die Smoke. Beim zweiten Mal treff ich den ganz zufällig. Gebrief feiert, bis 5 gezählt und dann geschossen. Alter. Ja, Wagon triggert rein, oder? Das will ich nicht tun. Hä? Steine. Oh, Alter. Alter. Uhhh. Dankeschön. Das Cheap fängt an rein zu triggern. Das Cheap ist die Nummer 7. Alter, er hat einen Skin. Er hat einen Nightmare-Skin. Weiß der, was der Wert ist? Alter! Also, gut, meine Moll-Hack-Sumilität ist oft niedrig. Aber gehen wir mal davon aus. Eine Wagon triggert rein, er triggert auch. Also er hat zumindest einen Wall-Hack. So soll er die zu spielen. Er hat diese Nightmare-Skin. Kalk-Kalk-Kalk-Kalk-Kalk-Kalk-Kalk-Kalk-Kalk. Ich würde mich nicht mehr rufen. Hör, dein Geist machen wir einfach mal. Hör, mach es. Hör! Hör! Der Quer standen! Die liegt zwischen 2,40 Euro und 17 Euro und jetzt triggert er noch so rein Das ist ein Mate. Bist du blind? Also ich tippe mal da rauf. Bist du das? Sein Skin? 3 Euro wert. Was weiß ich ey. Vielleicht ist die Tessling sogar Fabrik neu, oder das sieht man ja nicht. Kann ja auch hier ein Minimal-Wir sein. Verlässlich 8 Euro. Ja, das Sheep kommt, Alter. Das wird ein Battle zwischen Sheep, ihm und Wagon. 1 zu 14, 2 zu 12, 4 zu... So sieht ein Aim-Bot aus. Und Profis haben auch dieses ruckelnde Fadenkreuz. Die hacken auch. Also nicht alle. Das hat nämlich so belaufen gemacht, wie er hier oben runter gedroppt ist. Dieses ruckelnde Fadenkreuz in der Slow-Mo. Wenn man sich das mal genau anguckt. Das ist nicht, weil er in den Füßen ist. Ok. Ach, Aim & Assips. Nö. läuft ja, weg ist das